So meine Lieben, da begrüße ich euch doch recht herzlich zurück hier zu Runde 3 für heute und die letzte Runde erstmal. Wir machen noch munter und entspannt bis 23 Uhr weiter und schauen, was uns hier Wunderbares erwartet. Grüße gehen erstmal raus. Racefox, ich habe jetzt tatsächlich den Ton kurz ausgebracht. Ja, ich hatte hier Spiritbox am Laufen und die haben da so ruhige Sachen und manchmal so richtig laute Sachen. Und gerade eben dachte ich auch so, oh ja, für die Uhrzeit, aber gut, dann schläft man wenigstens nicht ein. Schwabbi haut hier direkt mal Wassermarsch raus. Tatsächlich habe ich mir gerade ein frisches Glas Chlorleitungswasser organisiert. Kann ich aber auf jeden Fall noch empfehlen. Spiritbox, die rocken schon ziemlich gut. Und das war gerade so ein Feature mit Sam Carter von den Architects noch zusammen. Das ist dann natürlich immer noch geiler, aber muss man mögen. Was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Ein Sack, alles klar. Hier ist irgendwie ein Knirr und ich denke mal, guck mal, da ist ja nicht umsonst diese Cam. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, sehr sicher, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann kommt der Gegner raus. Racefox, ganz schön aggressive Musik. Ja, du, dann muss man im Zweifel den Ton ausmachen. Nächstes Mal wird er wieder noch aggressiver. Ich schalte immer so durch, so was so ist. Das ist doch, guck mal, da, da, oh je, oh oh, oh je, oh Gott. Was sehe ich denn hier noch alles? Um Gottes Willen. Ich muss erst mal in mich gehen. Das ist ja, das ist ja gerade noch richtig viel jetzt. Alles klar. Ich drücke erst mal den Knopf, dann wird alles gut. Da macht man einmal was Falsches und dann kommt wieder das gute alte Knoppen. Ich mag so Musik schon, aber es dürfte gern ruhige Parts dabei sein. Die screamen aber meistens eine echt gute Stimme. Ja, das ist ja das Schöne bei Spiritbox. Du hast halt diese, also wenn jetzt Sam nicht gerade mit dabei ist, hast du die, die haben eine Sängerin und die macht halt super krass geil Clean Vocals, also wirklich super und geht instant in so eine Aggro Screaming Passage wieder über, um dann direkt daraus wieder ins entspannte Clean Vocals zu gehen, sowas finde ich halt richtig geil. Also diese, entweder am besten beide gleichzeitig, die sich auch noch sehr schnell abwechseln, das finde ich sehr, sehr cool oder halt auch den Wechsel, also ich mag auch, wenn Clean Vocal Parts mit dabei sind, so ein Mischmasch finde ich immer sehr angenehm. Ich habe auch kein Problem mit nur rumgegrole, was ich aber nicht abkann, ist so diese Klospülungsmusik. Wo es nur blablabla war, das ist nicht so meine Welt, das ist mir zu krass. Das habe ich früher viel gehört, sowas wie Nile und so, das war früher so mein Ding, aber inzwischen finde ich nur noch Klospülung, das holt mich nicht mehr ab. Die Zeiten sind vorbei, aber so zieht zum Beispiel Enziferum und so, das kann ich mir immer noch geben. Architekt zum Beispiel, da wird auch sehr viel gerold, aber der Sam haut halt auch immer sehr nice Clean Parts mit rein und die neueren Alben sind generell ein bisschen entspannter geworden. Muss man mögen oder nicht. Ich, ja, ich finde, mag beides. Freight400, hey Hu, Füchschen. Immer streamst du, wenn ich keine Zeit habe. Aber kommt vorbei, um Hu Hu zu sagen. Daher, Hu Hu, Grüße gehen raus und Hu Hu zurück. Keine Sorge, diese Woche wird nochmal gestreamt. Entweder morgen oder Freitag oder Samstag. Je nachdem, wann mein DHL-Paket mit der Gothic Switch 1 Version kommt. Komm, wir nutzen den Moment, ich gucke mal eben nochmal nach. Komm, da können wir doch gemeinsam einmal schauen, ob es schon Updates gibt. Vielleicht ist es ja jetzt auf dem Weg von was zum Weitertransport vorbereitet. Vielleicht ist es jetzt auf dem Weg. Ich gucke mal eben schnell. So viel Zeit können wir es auch mal nehmen. Mal sehen. Ja, ja, alle Cookies sind toll. Die Sendung wird zum Weitertransport vorbereitet. Ja, schade, hat sie noch nicht bewegt. Wir dürfen gespannt sein. Ich werde euch morgen auf dem Laufenden halten. Aber ich glaube nicht, dass das morgen schon kommt. Ich denke mal, Freitag wird das eintrudeln. Ich fühle das so. Aber ist ja auch gut. Machen wir Freitagabend schön entspannt, ne? So ins Wochenende rein. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ihr wollt doch wissen, was hinter der Tür ist, ne? Ja, ja, ja. Giron, auf ein Game zu warten ist doch immer geil. Aber auch gleichzeitig unerträglich. Ja, das passt schon ganz gut. Das passt schon ganz gut. Oh, oh. Ashley! Ashley! Weiß nicht, ob das funktioniert. Wir sind hier aber mal wieder ganz nah. Ashley! Wenn ich da jetzt raufschieße, ist dann Game over. Geht nicht. Schmeiß was. Oh, oh. Ich höre schon beschissenes Lachen. Ich höre es doch schon. Dann bleibe ich doch hier oben. Mal jetzt Brotzeit oder was? Ach, nee. Okay, das sind nur die nach... Was, er denn? Alter, einen dicken Hammer. Das holt mich jetzt mal so gar nicht ab. Mit dir denn los? Okay, das war so ein Coup, Mann. Easy. Easy. Kein Thema. Alles kein Thema, Leute. Ist alles gut. Ist alles gut. Ist alles gut. So, Leute. Wir gehen mal weiter. Weiter, weiter. Jetzt habe ich wieder einen Schalter zum drücken. Ach, nee. Es sieht einfach nur so. Es ist einfach nur schön aus. Langsam läuft das mit der Sniper. Oh, das geht runter. Das geht runter. Schatzi hat mich gelobt. Heute ist wieder einer der Tage. Ja, das wird besser, ne? Also... Ah, das ist doch genau mein Ding. Da eben mal drüber lecken, oder? Oh, wir bräuchten Ashley. Vorher wird das hier nichts. Alles klar. Wir müssen erst Ashley befreien. Wo ist sie denn? Sie denn? Ist sie denn? Hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Noch irgendwas? Warte mal, im Zoom. Hier ist ein... Was ist das? Wand mit Durchbruch. Aha. Und was haben wir hier? Stufe 3, Türverriegelung. Wand mit Durchbruch. Wo habe ich die denn gesehen? Ist das die Wand mit Durchbruch? Sie ist bestimmt oben. Sie ist oben! Da müssen wir bestimmt hoch die Wand kaputt machen. Mit dem Durchbruch. Dann geht das da irgendwie weiter. Da generell ein gutes Gefühl. Das müssen wir mit auf die Liste aufnehmen. Liste potenzieller Merchandise-Shirts. Ich habe da generell ein gutes Gefühl. Das glaube ich so... Das passt wohl. Ich lobe dich ständig. Nur nicht, wenn andere zuhören. Na gut. Hier nur wieder... Gehe schon mal ein Lob. Also ich denke mal... Gefühlt... Also diese Kabellage ist schon ganz schön... Also da... Also als... Also... Gut ist das nicht, ne? Kann man hier durch? Ja. Bitte? Ja, ja. Jacqueline. Er sucht Jacqueline. Du hast so schöne leuchtende Augen. Mega hübsch. Ich finde das nicht. Nö. Oh nein! Hat nicht geklappt! Loooo! Wenn ich jetzt sterbe, ne? War eine Sekunde zu spät. Ja moin, du siehst ja lustig aus. Oh oh. Oh. Okay, ich hab den Speed-Spot noch nicht gefunden, wo ich am besten bei ihm raufschießen soll. Einfach auf seine Brust! Nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzest du wieder. Ja, schreib dir der gute Herr Wallis. Ach, ich find den Film heute immer noch gut. Oh, den haben wir komplett auseinandergerissen. In Stücke gerissen. Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Er führt direkt zu einem Busch. Ja. Ja, ja. Yo, Pistolenmunition. Gut, dass ich mal versucht habe, diesen Schrank zu öffnen. So ganz spontan, hab ich mir gedacht. Komm. Der sieht aus, als könnte er sich mir öffnen. Bei dem Gegner, die so Bullet-Sponji sind, musst du häufiger mal die Waffe wechseln. Sonst geht dir natürlich schnell die Pistolenmunition aus. Ja, ich habe gerade selber gemerkt. Ja. Das ist am Wabern. Das kann doch nicht gesund sein. Ja, ich habe selber gerade gemerkt. Am besten wechsle ich da mal entspannt auf, äh, auf eine Schotze. Wo ist der hin? So. Hab ich direkt Knopf gedrückt? Ja. Oh, hu. Futurama, schreibt Daddle Draggy. Richtig erkannt. In Stücke gerissen. So. Hier ist nix. Da ist nix. Und da ist nix. In Stücke gerissen. Das ist so Luft, die du riechen kannst hier, oder? Äh, Luft, die du riechen kannst. Also du siehst es optisch und du kannst, ich habe da direkt so einen moderigen Kellergeruch irgendwie mit am Start. Das hier so sehe. Das Spiel merkt schon so, ja, der Fuchs, der ballert nur mit der Pistole. Dem geben wir erstmal nochmal richtig viel Pistolenmunition, ne? Das liebt er ja. Das liebt er. Das ist seine Waffe of choice. So, guck, hier sieht man auch hier. Das hattest du dieses, äh, von Ocarina of Time im Wald, ne? Diese ganze Größe, dass du so rumfliegst. Das geht in die gleiche Richtung. Nur halt mit Gammel, ne? Und Gestank. Das ist doch schön. Ah, guck mal, die rote Lampe ist an. Wisst ihr Bescheid? Da wird gerade geserviced. Schauen wir mal, ob noch ein Platz frei ist. Hallo. Ja, das sieht mir auch nicht, das sieht ja nicht gut aus, ne? Na, gut. Jetzt hab ich die Melodie des Waldes im Kopf. Danke, Fuchs. Immer gerne, Giron, immer gerne. Freu mich schon auf nächstes Jahr auf den Marathon. Aber er ist noch so lange hin. Der gute Ocarina of Time Stream Marathon. Vielleicht machen wir nächstes Mal, nächstes Mal machen wir, glaube ich, wirklich erstmal Master Quest. Und danach könnte man ja mal wirklich darüber nachdenken, ob man vielleicht mal einen Randomizer macht. Aber ich glaube, Randomizer ist zu weit weg vom Originalkonzept. Aber mal schauen. Bin ich überhaupt noch auf Kurs? Ich hab das Gefühl, wir laufen Kilometer weit weg. Also irgendwie, naja. Das passt hier noch. Was ist in dem Raum? In dem war nichts los. Die Ratte lass ich jetzt mal leben. Das hat vorn nichts gebracht. Und ich muss ja nicht umsonst irgendwelche armen Tiere umbringen. Oh, die Fliesen sind auch ein bisschen abgefallen, ne? Uh, uh. Nee, 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 nee. No, no. Geil, wie läuft's? Wie geht's denn so? Ich sag nicht mal hallo, Junge. Mein Kumpel! Nice! Da ist er wieder. Moin! Oh, ne schöne Hälfte Wein hier. Hast du Mett am Start? Ich könnte so ein Mettbrötchen vertragen. Und ein braunes Hühnerei. Vielleicht für den nächsten Boss wieder schön so ein Ei in die Fresse zimmern. Vielleicht geht das bei jedem Boss. Wer weiß? Mäp! So, erstmal Zeug looten, verkaufen, upgraden, speichern und dann... Ein bisschen haben wir ja noch, ne? Ja, wir sind noch über eine halbe Stunde. Da geht noch ein bisschen was. Da sind wir für heute noch nicht am Ende. Auch wenn es gerade natürlich optimal passt würde hier. Aber nee, nee. So. Jetzt können wir hier grün und rot erstmal miteinander verbinden. So. Bup! Dann! Ach, jedes Mal. Ich will immer... Ich will immer ein Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnen. Damit... Weiß ich nicht. Da geht man irgendwie so von aus so. Aber nee, ist nicht. Flinden-Muni. Und... Einmal Pistolen-Muni. Alles für den Platz. So. Guten Tag, Bruder. Willkommen. Hab seltene Wahrheit. Ja, warte. Bevor wir das tun, erstmal gucken, wie das hier aussieht. Ja, wir sind weit davon entfernt, diese Krone zu besetzen. Aber wir können das und das besetzen. Das wird wohl gehen. Edelsteine einsetzen. Jetzt passen wir mal auf. Jetzt passen wir mal auf. Wir haben hier so ein Trio Infernale. Und da wäre es am besten, ja wieder drei unterschiedliche zu haben, ne? Nee, drei gleichfarbige macht 1,4. Kriegen wir aber nicht hin. Weil da so ein eckiges Ding drin ist und es passt nicht. Da müssten wir einen roten haben. Haben wir nicht. Könnte man warten. Muss aber sagen, so wichtig ist mir das dann auch nicht. Dann würde ich es eher verkaufen. Wobei, wir können ja nochmal bei dem anderen gucken. Dann haben wir die hier noch und die hier. Hier müssten wir alles unterschiedlich haben. 1, 2, nee, haben wir nicht. Passt auch nicht. Oder wir verkaufen nur das Ding und ignorieren es erstmal. Hier müssten wir jetzt haben... Zwei gleichfarbige gibt mehr. Ja, das heißt... Wieder blöd. Jetzt ist es immer blöd. Also wir müssten eigentlich warten, bis wir rote haben, damit es sich lohnt. Also ist mir das dann egal und ich mache Mischmasch. Und wirklich, dann ist das halt erstmal so. Bei der Krone warten wir aber, bis es passt. Schreibt sie, glaube ich, auch schon. Ich würde vermutlich auf die Krone warten. Da brauchst du dreieckige. Ja, gleichfarbige sogar. Aber ich würde jetzt die beiden Schätze einfach mit irgendwas vollklöttern und verkaufen. Dann sind die erstmal raus. Das würde ich jetzt schon mal machen, weil wir haben so viel Zeug überkommen. Und wir brauchen die Kohle. Das kann man ruhig mal machen. Und bei der Krone warte ich aber noch. So, dann mache ich dir hier einen roten rein. Und dann kriegst du einen grünen noch. Äh, warte. Ne, von denen habe ich nicht so viel. Den noch. Und den gelben noch. Wunderschön. Verkaufen. Krone braucht nicht gleichfarbige Kürtel. Dann passt es ja. Aber dann brauchen wir trotzdem noch. Müssen wir immer noch warten. So oder so. Aber hier kommt eine Kohle rein. 83k kann es noch mit leben. Ist doch geil. Ja, warte mal. Erstmal Tune. Das reparieren wir. Die reparieren wir. Wichtig. Und dann können wir jetzt hier mal ein bisschen investieren. Auf Angriffskraft der Magnum. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Geil. Äh, war sonst noch was? Raketenwerfer. Koffererweiterung. Ah, da was? Es gibt noch eine Koffererweiterung? Oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Braucht man die noch? Lohnt das nicht noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Durchsicht erst mal. Gibt es da noch eine Koffererweiterung? Kriegst du die Tür nicht zu? Unglaublich. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nö, nö. Das reicht erst mal. Komm jederzeit wieder. Mache ich. Muss aber noch speichern, Bruder. Und dann gehen wir erst mal weiter. Der lohnt schon, Schreibschatz. Lohnt schon, Schreibschatz. Ja, ich glaube auch, ne? Kommt also mehr Platz. Ich als, äh, Gothic-Freund, der Fan des unendlich großen Inventars ist, äh, sag ja auch immer, mehr ist besser, ne? Unendlich ist am besten. Ah, die Arbeit hoch. Jo, nützt nix, ne? Hooray, bis denn? Hast du hier so einen Zettel oder so rumhängen? Ne, ne? Irgendwelche Aufgaben habe ich jetzt in dieser Küche hier nicht übersehen, oder? Das ist nur so ein Bestellzettel. Hier sind keine Missionen oder so. Auch hier nicht? Ne? No, no? Dann gehen wir mal weiter. Mhm. Was ist denn hier los? Okay, das geht nicht. Wir brauchen eine Swipe-Card. Also, erstmal eine Swipe-Card organisieren. Wenn man die bei Wish kaufen kann, das sieht gefährlich und grün und eklig aus. Da sollten wir vielleicht nicht durchlaufen. Doch geht das nicht weiter. So, wo lang jetzt? Sezierstation, na? Das klingt doch geil. Und das Gefrierhaus. Dann erstmal ins Gefrierhaus. Vielleicht ist er wieder unser Kumpel. Den kennen wir ja noch vor letztem Mal. Hoffentlich ist er dann nicht nochmal. Ich brauch den nicht nochmal. Einmal gereicht. Okay, kommen wir nicht rein. Brauchen wir aber erst eine Swipe-Card. Alles klar. Gut, dann ins Sezierhaus. Das klingt doch schon einladen. Da hat man noch Bock drauf. Lass dich sezieren. Nehmen wir erstmal die? Nehmen wir erstmal die. Was bist du, Bruder? Hier brauchst du erstmal keine Waffe. Was? Okay. Na, wenn ihr das sagt. Das ist bestimmt irgendein Rätsel jetzt. So, weißt du so? Es ist spät. Du bist kurz vorm ins Bett gehen. Du juckelst eben jetzt noch bis 23 Uhr hier eben durch, ne? Bist schon müde und tired und so. Und dann die ganze Zeit nur am Ballern und so was. Und jetzt kommt das Game so. Oh, weißt du? Jetzt dann nochmal ein Rätsel. Das ist wie letztes Mal mit meinem Schach. Weißt du? Harry Potter. Ich hab bis 23 Uhr 40 oder so versucht, dieses beschissene, schöne Game ans Laufen zu kriegen auf Windows 11. Dann lief das endlich. Dann saß ich da. Machst du noch... Nimmst du noch auf? Ja, komm. Du bist zwar fertig, aber zwei Folgen gehen wohl. Was soll denn passieren? Und Folge 2 ist erstmal schöne Schachpartie. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Und ich hab die irgendwie gewonnen. Keine Ahnung. Herr Dr. Ernesto Monos Reyes, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Das Rätsel ist nicht das Problem. Das klingt ja sehr gut. Kuren. Gleich wieder da. Brauche gerade mal einen Kaffee. Das fühle ich sehr. Das hat mich schon gewundert. War die Schachpartie so schlimm, dass du direkt wieder ausgemacht hast? Ne, ne. Ich hab's durchgezogen. Ich hab's durchgezogen. Auch wenn ich's besser lieber nicht gemacht hätte, aber nützt ja nix. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Um Gottes willen, kann sich das einer merken? Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Ja, die haben alle gesagt, es ist okay. Die haben alle gesagt, es ist okay. Okay, Dattel 3G freut sich jetzt. So, Fuchsi, ich pack's dann mal für heute. Gutes Nächtchen. Razy, komm gut zu liegen. Danke, dass du reingeschaut hast. Wir sehen uns gerne nächstes Mal wieder. Und ich wünsche schon mal ein gutes Hineingleiten dann demnächst bald ins Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja noch bei einem außerplanmäßigen Gothic-Stream. Okay, also wir müssen als erstes jetzt zur Zielstation. Aber erstmal müssen wir die Karte überhaupt finden. Schlüsselkarte auf Stufe 3 umschreiben. Hab ich jetzt schon eine denn gefunden? Hab ich die jetzt schon? Ne, oder? M. Hebel zur Stromsteuerung. Das haben wir ja gemacht. Das heißt, in der Zielstation ist jetzt hier... Ah, da ist die Schlüsselkarte. Okay. Okay. Also erstmal die Schlüsselkarte holen. Ich hab ja Strom angemacht. Das heißt, ich kann jetzt zurückgehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Erste Hilfe-Spray ist erstmal gut. Jemand hat hier echt ein bisschen Keuch-Aten oder sowas. Richtig unangenehm. Oh cool. Oh, hab ich richtig Bock jetzt drauf. Hab ich richtig Bock drauf. Ich muss die Karte noch finden. Also hier ist die nicht drin. Also hier ist die Karte noch nicht drin. Also hier ist die Karte noch nicht drin. Was ist das denn? Okay, ich verstehe. Okay, warte. Wir müssen glaube ich auch den Anfang. Da oben kommt die Power an. Wo muss die denn hin? Ich muss glaube ich diese zwei Knoten mit Strom versorgen. Wenn ich jetzt hier so mache. Guck mal. Ich glaube der muss so sein. Ja, läuft. Das müsste jetzt ja passen. Oder? Nein. Zwei von zwei. Ich muss bestätigen. Oh nein. Oh nein. Und jetzt? Und jetzt? Habe ich das nicht jetzt richtig gemacht? Zwei von zwei haben Strom. Zwei von zwei haben Strom. Insufficient Power. Achso. Ich brauche noch mehr. Ne. Kann ich nicht. Ich. 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 Also meiner Meinung nach müsste es jetzt geil sein. Oder muss ich noch mehr Strom anmachen? Fehlt noch irgendwo ein Stromschalter, den ich noch umknüddeln muss? Wahrscheinlich ja. Hebel zu Strom. Strom. Steuerung. Aber habe ich das schon angemacht? Oder nicht? Hm. Bin jetzt etwas verwirrt. Muss ich gestehen. Wenn ich jetzt zurückgehe, mache ich doch den Strom wieder aus. Oder nicht? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah ja. Guck mal da. Ah. Strom sollte an sein in dem Bereich, sagt Schatz. Na dann. Dann war es irgendwas anderes. Stufe 2 Türverriegelung. Überschreibungsterminal. Stufe 1 Türverriegelung. Dann war ich es nicht. Hab ich jetzt einen Shortcut aufgemacht? Oder was ist jetzt hier gerade passiert? Ich habe auch noch gar keine Karte. Geht es hier wieder raus? Ah. Ah. Okay. Das ist ja cool. Aber dann... Nur das Beste vom Besten. Man kann ja schon mal erst nochmal hier nochmal speichern. Und dann machen wir nochmal weiter. Kannst du aber beim Hebel auch sehen. Da müsste eine Map sein. Leute, die Spannung ist sowas von oben, schreibt DattelDrag. Also bei mir ist noch alles entspannt. Hier ist noch alles mega chillig bei mir gerade. Ist alles gechillt. Ich höre hier den Schlufe, Mann. Sehen aber nicht. Das rupt mich sehr ab. So, ich geh jetzt nochmal zum Hebel. Der war hier lang, ne? Oh, hier ist nämlich noch rot. Soll das so rot sein? Soll das so rot sein? Dragul, du musst den Regler ganz nach rechts schieben am Computer und dann bestätigen. Ganz rechts schieben. Okay, also hier habe ich alles richtig gemacht. Den Regler ganz nach rechts schieben. So, damit logge ich das ein. Aber Moment mal, jetzt ist ja alles... Haben die jetzt das Rätsel wieder zurückgesetzt? Die Schweinebacken? Ah, danke für den Hinweis. Jo, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Dankeschön. Ohne Scheiß. Da wäre ich aber lange jetzt... Oh Gott. Nöööööён. Danke dir, dass du aus dem Lurk heraus mir geholfen hast, sonst wäre das heute nichts mehr geworden. Behinderts hdie heavy Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Okay. Ja, sehr einladend hier. Ich habe richtig Bock drauf. Analysebericht Reg... Regenerator... Ohhhh den Namen habe ich ja vorhin schon gehört hier, voller Vorfreude. Es ist so weit. Ich habe neues Leben erschaffen, ich nenne ihn Regenerador. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Okay, ich fühle schon, dass das nervig wird. Ich habe teilweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Gern geschehen, lieber Fuchsi. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich sehr. Weißt du, es ist jetzt 22.46 Uhr noch 16 Minuten. Gleich wahr? 14 Minuten, ich bin schon zu doof. Und jetzt kommt er noch, der Regenerator. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Dankeschön, Dr. Frankenstein. Ja, das kennen wir ja, wenn man alles unter Kontrolle hat, ne? Datum. Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Ja, und nun sind wir der Vollidiot. Ich würde sagen, geh nochmal zurück und speichere und dann Schluss für heute. Meinst du? Wahrscheinlich hast du recht. Wenn du hier saßt, das ist lang. Okay, so lange ich jetzt hier nichts einsammeln, ist alles cool, ja? Ja, guck mal hier, das ist das, ne? Wenn ich da rangehe, dann geht's ab. Okay, dann machen wir das. Das ist, glaube ich, vernünftig. Und dann vor allen Dingen, das ist jetzt voll der fiese Cliffhanger, weil jetzt wollen alle wissen, jetzt wollen alle wissen, was ist das für ein Wesen? Und dann kommen die nächstes Mal wieder. Mega gut. Leute, das ist eine gute Sache. Dann können wir nochmal schön eben gucken, ob wir noch was verkaufen können. Nö. Bereiten uns vor, laden alles durch. Wenn da jetzt ein Fahrstuhl für das Minigame wäre, könnte man auch nochmal Minigamen. Richtig mies jetzt, oder? Cliffhanger? Fuchst doch nicht. Nee, bei mir gibt's doch nie Cliffhanger. Kennt ihr doch. Ich und Cliffhanger? Das finde ich halt ganz fürchterlich. Hm, wir müssen jetzt da lang. Dann machen wir das so. Boah! Daddeldraggy richtig am Ausrasten. Ja, nützt ja nix. Viel zu spät schon. Wir müssen ja pünktlich zu liegen kommen, Daddeldraggy. Und dann können wir uns ja auf was freuen. Vor allen Dingen, denkt dran, wie ich mich fühle. Wir werden jetzt wieder eine Woche lang halt was anderes machen. Dann kehren wir nächsten Mittwoch wieder gemeinsam hier ein. Bin ich da da? Ja, ich bin Donnerstag noch weg. Mittwoch bin ich da. Und ich werde das wieder vergessen haben. Und dann starte ich in das Game. Und dann wird mir bewusst. Verdammt. Auf mich wartet direkt die Scheiße. Und das ist doch auch lustig. Das wird sogar richtig lustig. Das sag ich dir jetzt schon. Äh, hier gibt's keinen Fahrstuhl für dieses Minigame, oder? Sonst hätten wir noch eine Runde Minigame machen können. Aber hier kann man nirgendwo mit dem Fahrstuhl irgendwo hinfahren. Hallo, du siehst ja nett aus. Nee, nix los. Oh, das Hühnchen. Kann ich dich noch streicheln? Nee, das Hühn will nicht gestreichelt werden. Ich kann es höchstens wieder so doll nerven, dass es vielleicht ein Ei verliert, ne? Tja, da wirst du direkt zum Start nächstes Mal die Viecher kennenlernen. Genau das ist der Spirit Schwabby. Nee, ich werde dich daran erinnern. Aber sowas von. Da hat er Dreggy, da hast du auf jeden Fall auch was, worauf du dich freuen kannst. Ich mich auf jeden Fall auch. Und ich bin gerade ganz erleichtert. Aber wenn Schatzi schon sagt, wir sollten jetzt lieber breaken, dann hat das schon einen Sinn. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Da hat er wahrscheinlich auch recht. Gucken wir nochmal bei den Objekten. Ja, mir wurde gerade mitgeteilt, hätte ich mal gewahrt, hätte ich die Krone jetzt voll machen können. Aber es ist nicht so schlimm. Ich werde dann anschließend mich weiter in Diablo versuchen. Bis zum 17. ist nicht mehr so lange hin. Kurel, ich wünsche dir viel Spaß. Bist wahrscheinlich wieder am dich durch die Season hetzen, nehme ich mal an. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Na, Fuchs kriegt Cookie-Sperre. Du musst erst mal eine Runde rumschicken. Ich bin ganz neugierig. Wir werden jetzt aber... Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ja, eigentlich nix. Ich habe auch nix zum Verkaufen. Nee. Wir können jetzt höchstens nochmal... Tune-mäßig waren wir auch durch. Ja, nee. Alter, wir haben noch 617 PC-Tas. Das ist ja nichts mehr. So. Wie du meinst, Trim. Ja, ich meine das. Ich speichere jetzt erstmal. Gut, wir sind jetzt 10 Minuten zu früh. Das gebe ich zu. Aber ich sage, wie es ist. Lieber so, als dass wir uns jetzt abhetzen. Und dann müssen wir nachher hetzen. Oder machen wir voll Überlänge. Oder... Ist ja... Es ist einfach sinniger. Da müssen wir auch mal die Stimme der Vernunft sein. Deswegen, Leute. Es war mir wieder ein Fest. Ich hoffe, ihr seid nächsten Mittwoch wieder mit am Start. Wie gesagt, spontan morgen oder Freitag oder Samstag. Je nachdem. Komm, wir gucken nochmal gemeinsam in den DHL-Status. Es ist ja jetzt spät. Meistens beginnen die ja nachts loszufahren. Die Armen. Oh, vielleicht gibt es Updates. Gucken wir eben. Nö. Immer noch für den Weitertransport vorbereitet. Kann natürlich sein. Weil ich glaube, morgen ist Release. Dass die auch sagen, ja, morgen schicken wir es erst los. Ist halt nun mal kein Amazon. Die wir es immer so vorher machen. Sondern das ist halt THQ direkt. Wir werden sehen. Sobald es ankommt, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Auf den gängigen Social-Media-Kanälen kriegt ihr dann Info. Und dann gucken wir gemeinsam einmal einen Abend in den Switchboard rein. Ich bin sehr gespannt. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Nacht. Komm, gut zu liegen. Habt noch eine schöne Restwoche. Und gleitet entspannt und chillig, falls wir uns da doch nicht mehr sehen sollten, in das Wochenende hinein. Es hat mich wieder sehr gefreut. Danke an die Mods fürs Moderieren. Danke für euch, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Es war wirklich wieder richtig schön. Wir haben heute auch viel geschafft, muss man sagen. Und ja, spätestens nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder. Dann auf jeden Fall auch wieder, wie regulär gehabt, drei Stündchen. Hauen sie rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi, Kowski. Euer Blaufuchs, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüssi, Kowski.